Frankfurt, mein Gott, ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Ich finde heute, heute hat diese Halle hier geglüht, vor Liebe, vor Warmherzigkeit, die wir uns gegenseitig geschenkt haben. Ich wünschte, nein, es ist gar nicht warm, ich habe viele, viele wundervolle und wirklich wertvolle Momente sammeln dürfen. Und das war ja heute mein letztes Konzert und genau so werde ich es auch in Erinnerung behalten. Ihr habt es so großartig gemacht. Und das ist schön für diese Momente, die wir hier in den Trennen waren. Ich habe es gerade schon heute gemacht. Ich kann es auch nicht sagen, was ich bis jetzt wirklich sagen muss. Aber das war sie, die Rauschtour 2023. Und ich habe mich definitiv in einen Rauschzustand versetzt. Ich habe definitiv meine Akkus aufgefahren und ich habe so viel Schönes gelegen dürfen durch euch. Das war, wie gesagt, die Bühne war meist bei Hause und ich werde es warm gleich vermissen. Das weiß ich jetzt schon, ich werde auch mein Team vermissen. Aber es war gut, es war wahnsinnig schön. Und es war eine Erfahrung, die ich nicht mehr wissen möchte. Und ich hoffe so sehr, dass wir uns dann irgendwann irgendwo wiedersehen. Ich hoffe, ganz vielen Dank. Dankeschön, danke für alles und danke für alle. Tschüss, Franco, gute Nacht. Du musst es nicht sagen.